Hallo Freunde der digitalen Unterhaltung. Heute geht es um Mayong Huntress. Mayong Huntress ist, wie der Name schon sagt, in erster Linie ein Mayong Spiel, wo es darum geht Paare zu finden und alle Steine vom Spielfeld zu entfernen. Zusätzlich enthält das Spiel eine Story. Durch die gelösten Mayong Rätsel schaltet man den nächsten rein und erhält weitere Hinweise zur Geschichte. Weiterhin füllt sich durch das Entfernen von Steinen euer Power Balken auf der linken Seite. Diese Power könnt ihr für Spezialfunktionen einsetzen, wie zum Beispiel das Spielfeld neu zu mischen. Sollten einmal keine weiteren Züge mehr möglich sein und euer Power Balken hat sich noch nicht ausreichend gefüllt, dass ihr Spezialattacken ausführen könntet, habt ihr eventuell schon blaue Kristalle gesammelt, die sind unten links zu finden. Damit könnt ihr euren Power Balken instant auffüllen. Diese blauen Kristalle erhaltet ihr durch das Lösen von Mayong oder durch Erreichen von Zusatzzielen. Umso weiter ihr in der Geschichte voranschreitet, umso komplexer und schwieriger werden die Mayong Tische. Durch die eben erwähnten Power Ups und Spezialfähigkeiten relativiert sich diese Schwierigkeit wieder etwas und man schafft eigentlich jeden Tisch nach wenigen Versuchen. Jeder der sich für Mayong Spiele begeistern kann, kann bedenkenlos bei dieser interessant erweiterten Variante zugreifen. Zum Abschluss gibt es noch ein wenig unkommentierendes Gameplay. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like oder einen Kommentar freuen. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.